Die Musikbox spielt immer zu den Geisenbox Daneben sitzt ein Mann ganz still der seine Braut Tja, Bertha, das ist sozusagen die Schande unserer Straße Die Familie Scherzer Diese Lotta-Wirtschaft da drüben, die übertrifft alles Dass die sich gar nicht schämen? Keine Frau im Haus, nur eine Haushälterin Fünf Kinder ohne jede Mutter Na, und der Vater? Rabenvater sitzt den ganzen Tag auf dem Schloss da oben und liest Bücher und zu Hause Sodom und Gomorra Na, du wirst das ja alles selbst erleben, wenn du jetzt bei mir wohnst Das sie mal, Frau Hansen Der wird es langsam auch zu viel Hallo, Anne, Marie Hallo, was? Kinder, mach doch nicht so'n Lärm, das geht doch wirklich nicht Die Anne, Marie, was ist los? Frau Hansen will euch sprechen! Wunder! Tor! Aber wieso? Da ist doch niemand Da schrei die Forschung wieder Einkommen! Na, was ist denn? Wirts bald! Olle Ziege! Olle Ziege! Olle Ziege! Wir wollen essen! Los, los! Hände waschen! Hände waschen! Hände waschen! Julchen kommt zu mir in die Küche! Die Antalizchen Dalli! Und ziehen! Jetzt weiß ich auch, warum es Prose heißt Du hast ja keine Ahnung Auf jeden Fall im Club finden sie das alle herrlich Ach, euer dämlicher Tanzclub Ne Menge Leute mit Juckpulver im Hemd Tschüss! Kari! Was ist denn los? Du musst uns fotografieren! Was? Weißt du vielleicht so? Hm? Wir brauchen irrsinnig dringend so ein Bild für unseren Club! Fred und Jackie finden uns hinreißend Sie sagen, wenn du uns so fotografierst wirst du das an alle Illustrieten verkaufst So? Nicht nur an dein Käseblatt! Hör mal zu! Jetzt macht erst mal ne Pause, ja? Fräulein Forsch, gibts bald Essen? Ja, so bald, Herr Scherzer! Karin! Du machst doch das Bild, ja? Sieh mal, knipsen ist doch dein Beruf! Und uns tust du einen großen Gefallen damit! Sonst tun wir dir auch nicht den Gefallen den Mund zu halten! Hm? Worüber denn den Mund halten? Als auf wir nicht wüssten, warum du keine Zeit hast! Dein lieber goldiger Herr Doktor wartet wohl auf dich, was? Er will dir wohl ein Backenzähnchen ziehen! Ach, halt den Mund, du alberne Ganz! Oder nicht? Tischdecken, Ulla! Ja, gleich! Hin, hin, hin! Ach, du, du, du dumme Gehör! Ja, hast denn du keine Augen im Kopf? Im Kopf schon! Ach! Hattest du vergessen? Ach, Juhlchen! Das macht jetzt auch nichts mehr! Nachdem unser treffliches Vollein Frosch alles andere auch kaputt gekriegt hat! Frosch, heiße ich bitte! Frosch! Und ich verbitte mir diesen Ton! Wenn ihr mit mir sprecht, dann sagt die Felixst! Guten Mittag! Fatih, Fatih, gucke mal! Nanu, warum essen wir denn heute auf der Erde? Na, Alter, es gibt ja doch noch was für uns! Ja, ich tu, was ich kann! Eine schnelle Suppe aus der Tüte gelingt von einem Frosch immer am besten! Da haben sie es! So machen sie es immer mit mir, die vorlauten Gehörn! Kinder, das ist unerhört sowas! Wirklich! Juhlchen, du sollst nicht kleckern! Papi kleckert auch! Ach, Fatih! Du weißt ja gar nicht, wie schwer es ist, so ein Oberhim zu waschen! Aua! Ich danke dir, mein Kind! Dankeschön! Aua! Au! Tja, Fatih, was hast du denn? Ach, weißt du, du solltest wirklich mal zum Zahnarzt gehen! Ach ja! Und Karin wüsste sicher einen guten! Sonst wird's nur noch schlimmer! Na, ich sag ja nicht, dass ich nicht zum Zahnarzt gehen werde! Ich ruf nachher den Dr. Grond an! Dr. Grond? Aber hör mal! Na, wen denn sonst? Ach, da gibt es doch diesen berühmten, diesen... Na, wie heißt er denn gleich? Machst du das Foto? Ja! Diesen berühmten Dr. Hellmann, ja! Dr. Klaus Hellmann, der hat vor kurzem seine Praxis eröffnet! Du, der soll geradezu ein Genie sein! Du, Fatih, das ist DER Zahnarzt! Der bohrt nicht, der zieht keine Zähne, der tut überhaupt nichts! Ja, der fährt immer nur mit Karin auf dem Moped! Ach, nun sei doch mal ruhig, wenn ich leide! Gell? Lassen Sie durch, ich geh schon! Na, die hat's aber eilig! Ja, hier Karin Scherzer! Ach so! Ja! Fatih, für dich! Einen Augenblick bitte! Keine Ahnung, wer's ist, klingt so komisch! Ja, hier komisch! Hier Scherzer! Ah, ja! Guten Tag! So, so, so! Sie sind schon hinter Schloss und Riegel! Äh, Sie sind schon auf dem Schloss! So! Ja, ja! Gut, ich komme gleich! Natürlich! Ja! Auf was? Auf wen? Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Fatih! Wiedersehen, Karin! Grüß Gott, Herr Scherzer! Grüß Gott! Alles Gute auch zum Namenstag! Ja, Dankeschön! Wieso denn, ist denn heute Scherzer? Herr Friedrich! Ach, ja, ja, ja! Sie, der Herr Mr. Peppercorn aus Amerika, dem wurde Schloss gehört, der wartet schon auf Sie! Ja, ja, ich weiß, ich hab schon mit ihm telefoniert! Äh, Herr Scherzer, wenn ich mich irre! Nein, Sie irren nicht! Ach so, ich bin der Privatsekretär von, darf ich vorstellen, Alfred B.C. Peppercorn! Wer freut Mr. Peppercorn? How you do? Oh, thank you very, ähm, also, much! Oh, wir können uns ruhig Deutsch unterhalten! Ja, das wäre mir auch fast lieber! Mein Großvater war ja Deutscher! Aha! Ist damals nach Amerika ausgewandert! Ja! Nun, Mr. Peppercorn, wie gefällt Ihnen das Schlösschen? Ehrlich gesagt, fehlt mir ein bisschen die Romantik! Kein Burggraben, keine Schießscharten, keine Zugbrücke! Ach, hoffentlich sieht es wenigstens von innen etwas verwilderter aus! Verwilderter? Ja, ich hab mich nämlich entschlossen, die Sommermonate auf meinem Castle zu verbringen! Your home is your castle, gell? Oh, kann man hier wohnen? Haben Sie Schlafzimmer? Natürlich, Mr. Peppercorn! Fressentwasser? Bedauere, das gab's damals noch nicht! Wieso? Haben sich denn die Leute damals nicht gewaschen? Oh, das muss ja organisiert werden! Notieren Sie das, Printis, ja? Bitte, Mr. Peppercorn! Wenn ich Sie bitte bitten dürfte, hier einzusteigen, deswegen des Bodens! Ja! So, Mr. Peppercorn, das hier ist die Schlosshalle! Äh, gleichzeitig mit dem linken Flügel und dem Hauptturm wurde alles im 17. Jahrhundert erbaut! Ja, sagen Sie mal, das sieht hier alles aus wie neu! Keine Ritterrüstungen, keine Waffen, keine Martorwerkzeuge, Bilder, Bücher, ganz neuer Fußboden! Ja, das kann ich in Amerika auch haben! Aber, Mr. Peppercorn, die Bücherei ist eine der wertvollsten weit und breit! Jedes Buch ist mir einzeln ans Herz gewachsen! Schließlich bin ich ja Bibliothekar vom Beruf, gell? Soll ich die Bücher alle lesen? Sind wenigstens ein paar spannende Kriminalromane dabei, hm? Nein, Mr. Peppercorn! Printis, notieren Sie! Zwei, drei Meter Kriminalromane, Ritterrüstungen, Waffen an der Wand und vor allem Folterstühle! Ritterrüstungen? Folterstühle! Nein, Mr. Doppelcorn, Mr. Peppercorn! Ein richtiges Schloss! Was ist das hier? Äh, das ist ein Barockspinett, Mr. Peppercorn! Ach so, eine Musikmaschine! Ja, eine Musikmaschine! Blink, Blank, Blum! Ja, das geht so! Wenigstens etwas! Ja! Ich bin sehr musikalisch, wissen Sie! Ich werde zu meinem Einzug ein großes Konzert geben! Ja! Von wem war denn das, was Sie eben gespielt haben? Das war Mozart, Wolfgang Amadeus! Oh, gut! Bringen Sie den Mann her! Printis! Engagieren Sie Mr. Mozart! Ja? Servo! Servo! Was ist los, Dennis? Es ist Zeit, Mr. Printis! Ach so, ja! Ach ja, ich habe noch eine Kleinigkeit in Indien zu erledigen! Da muss er aber in Bebra umsteigen! Servo! Auf Wiedersehen, Mr. Peppercorn! Auf Wiedersehen, Mr. Peppercorn! Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Folterstühle! Also, dein Vater hat Zahnschmerzen! Ist das nicht prima? Das ist doch die beste Gelegenheit, dass ihr euch endlich kennenlernt! Na, ich könnte mir eine angenehmere Gelegenheit vorstellen! Du, Vater hat einen Haufen Bekannte! Und Bums, ehe du dich versiehst, hast du eine Menge Patienten hier! So Bums sehe ich die Patienten auch noch nicht! Und doch! Du wirst ein ganz großer und berühmter Zahnarzt! Du, Karin! Hm? Schau, wir... Wir haben doch so wenig Zeit füreinander! Müssen wir da immer vom Beruf reden? Es gibt doch viel Wichtigeres zu besprechen! Was denn? Na, hör zum Beispiel... Ob du mich noch lieb hast? Ich dir das beantworte, musst du mich erst von einer Ungewissheit meinerseits befreien! Ja, und das wäre? Ob du mich noch lieb hast? Hm-mhm! Ich liebe dich! Ach, Klaus! Wenn du doch eine vernünftige Praxis hättest und dich ein bisschen besser einrichten könntest! Dann müssen aber zuerst die Patienten kommen! Aber die bekommst du doch nicht, wenn's immer aussieht wie beim Friseur von Sevilla! Und mit Tüchtigkeit alleine schaffst du's heute nicht! Womit wir wieder glücklich beim Thema Beruf angelangt werden! Aber Klaus, ich will dir doch nur helfen! Und solange du nicht richtig Geld verdienst, können wir doch nicht heiraten! So, jetzt muss ich aber los! Also überleg's dir mal, ja? Und mach nicht so ein Gesicht! Immer streiten wir uns wegen der gleichen Sachen! Wieso streiten? Du brauchst ja nur zu tun, was ich will! Tschüss! Du! Und sei ja liebevoll zu Vater! Er ist nämlich furchtbar wehleidig! Herr Scherzer! Was mir in Ihrem Hause zugemutet wird, das geht wirklich etwas zu weit! Fünf verwilderte Kinder, Herr Scherzer! Fünften einer ist zu viel! Das kann ich nicht länger aushalten! Ach, was? Herr Scherzer! Als ich dieses Haus betrat, um den fünf kinderlosen Töchtern... Mutterlosen! Mutterlosen! Um Ihren Kindern eine gute Mutter zu sein! Da hatte ich mir so vieles anders gedacht! So, hatten Sie gedacht? Ja! Jawohl! Ich habe stets die heimliche Hoffnung genähert, einmal Frau Scherzer zu werden! Na, das ist doch ein kleines Scherzerchen, was? Also, bei Liebesfröllen Frosch! Nein! Forsch heiße ich, wenn Sie nichts dagegen haben! Natürlich habe ich was dagegen! Frosch klingt doch viel hübscher! Ach, seien Sie doch gemütlich! Fröschchen! Also, da bleibt mir die Sprache weg! Nun, desto besser! Können Sie arbeiten gehen? Nein! Das werde ich nicht tun! Was zu viel ist, ist zu viel! Und damit Sie es endgültig wissen, Forsch ist mein Name! Quark! 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 Mathilde! Mathildchen! Meine liebe Frau, nur sag mir bloß, was soll ich denn jetzt machen! Witwer mit fünf Töchtern! Ja! Wenn du noch da wärst! Frau Hansen möchte Sie sprechen! Entschuldigen Sie, Herr Scherzer, wenn ich bei Ihnen eindringe! Aber dringen Sie doch bitte! Danke! Nein, bitte nicht hier! Hier hat immer meine verstorbene Frau gesessen! Ach so, ich verstehe! Bitte, Frau! Dankeschön! Ich weiß ja, Frau Hansen, weshalb Sie kommen! Fünf Töchter in der Nachbarschaft ist kein reines Vergnügen, nicht? Ach, okay! Ja, ich weiß, ich weiß! Die fünf sind ein bisschen wild, nicht? Na ja, die haben das Temperament Ihres Vaters! Ja, Sie lachen, aber ich war als Kind ein richtiger Wildfang! So! Na ja, unter uns gesagt, Frau Hansen, fünf sind auch ein bisschen viel, nicht? Ich hab's ja der Mathilde immer gesagt! Ich will Sie aber heute Abend auch übers Knie legen, alle fünf! So! Dann haben Sie also schon gebeichtet! Was denn? Ja, dass Sie mich nass gespritzt haben! Ach, das ist doch gar nicht so wichtig! Nee, das macht ja auch nichts! Aber übers Knie lege ich Sie auf alle Fälle! Ja, nun seien Sie nicht zu streng mit Ihnen! Ich hab zwar keine Kinder, doch eins weiß ich genau, dass man die kleinen Leutchen sich austoben lassen muss! Ja, das ist nett, Frau Hansen, dass Sie gekommen sind, um mir einmal offen Ihre Meinung zu sagen! Hab ich das? Ich glaube, viel eher Sie haben mir Ihre Meinung gesagt! Ich hab Julchen nur den Ball zurückgebracht, den sie in meinen Garten geworfen hat! Ja, und bei der Gelegenheit wollte ich Ihnen mal guten Tag sagen! Guten Tag! Also jetzt muss ich gehen! Aber bitte hier, Frau Hansen! Bitte hier! Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Frau Hansen! Und ich wünsche Ihnen einen ziemlich angenehmen Abend noch! Dankeschön! Schön! Na nun, wollen Sie zum Karneval? Dass Sie es wissen, ich kündige, ich gehe auf der Stelle! Ach, bleiben Sie doch noch ein paar Stündchen, Fräulein Frosch! Frosch, heiße ich! Sie werden noch von mir hören! Wir hören von einem Fräulein Frosch! Frosch! Äh, wie bitte? Frosch heißt die werte Dame, Herr Jugendamtsleiter! Achso, ja, natürlich richtig, ja! Wir hören von Fräulein Frosch, dass es Ihren fünf Töchtern an Aufsicht mangelt! Das in einem sehr verwahrlosten Zustand! Meine fünf Töchter sind in keinem Zustand und sind nicht verwahrlost! Dagegen verwahrlose ich mich! Herr Scherze, es heißt hier, dass Sie Ihren Töchtern keine fürsorgliche Erziehung angedeihen lassen! Und dass deshalb die Beiführung einer Aufsichtsperson weiblichen Geschlechtes dringend empfohlen wird! Das ist ja lächerlich, hören Sie mal! Meine Töchter stammen von einem ehrbaren Vater ab und haben eine Dito-Erziehung! Herr, äh... Ja, beruhigen Sie sich, Herr Scherze! Wenn Sie uns versichern, dass in Ihrem Hause alles in Ordnung ist, dann können wir die Verfügung ja noch aussetzen! Ja, ich bitte, setzen Sie! Setzen Sie die weibliche Aufsichtsperson aus! Sonst setze ich Sie nämlich raus, verstanden? Bei mir herrscht Ordnung, Herr, äh... Herr, äh... Stölz! Karin! Marie! Alles, was Scherze heißt, mal herhören! Meine Damen und Herren! Ach, Quatsch! Liebe Töchter! Ab heute seid Ihr wohlerzogen! Klar? Jawohl, Fatih! Jawohl, Fatih! Jawohl, Fatih! Und wenn Ihr gefragt werdet, dann sagt Ihr, dass Ihr ungewöhnlichartige Kinder seid! Sind wir auch! Ja, denn sonst kriegt Ihr nämlich eine beigefügte Aufsichtsperson des Jugendamtes! Und von mir kriegt Ihr ein paar beigefügte Ohrfeigen! Was? Braucht Ihr denn wieder meine Brille? Die hast Du doch auf der Nase! Ach, Herrgott, das muss doch einem gesagt werden, nicht? So, jetzt geht's weiter! Im Garten wird weder gesungen noch gesprungen! Und wenn ich höre, dass Ihr noch einmal die Nachbarin nass spritzt, dann hat's aber gebumst! Verstanden? Ach, die olle Hansen, die soll uns doch gern haben! Verstanden? Aua! Na also! So, damit ist der offizielle Teil beendet! Rührt Euch! Mensch, hab ich einen Hunger! Ich auch! Karin, ich hab auch einen Hunger! Bis unter beide Arme! Ja, Vater, wie stellst Du Dir das vor? Ich kann jetzt nicht kochen! Ich muss dringend meine Bilder entwickeln! Entwickle lieber mal ein Mittagessen! Vati, ich mach Dir was! Ja, mein Schätzchen! Was sollen wir denn jetzt machen? Ich kann Euch jedenfalls nichts machen! Meine Aufnahmen müssen doch zur Redaktion! Ja, aber Vati muss was zu essen bekommen! Oh, und wir haben auch Hunger! Ja, dann müsst Ihr Euch eben selbst mal was machen! Wir? Wir ist gut! Na, was machen wir denn jetzt? Ein Butterbrötchen! Na, aber... Ja, davon wird man auch satt! Mach doch bitte die Tür zu! Darf man nicht mal in die Speisekammer? Wartet gefälligst, bis ich fertig bin! Wo liegt denn die Butter? Blöde Frage! Wahrscheinlich in der Wixdose! Wixdose? In der Wixdose liegen Vater Streichhölzer! Sollen wir vielleicht mit denen die Butterbrötchen schmieren? Karin, wir müssen jetzt gehen! Hört mal! Tschüss, keine Zeit! Du, äh, wollen wir Eis essen gehen? Können wir machen! Ja, da kommen Sie ja schon! Tag! Tag, Fred! Tag! Tag! Äh, Mädchen, wisst Ihr was? Wir gehen Eis essen! Gut! Oh, Tag! So machen wir's! Und so, Vati? Ich hab dir schnell ein Butterbrot gemacht! Ich hab leider nichts anderes gefunden! Hm! Hm! Schmeckt ja grauenhaft! Das bleibt ja einem der Gaumen stehen! Ach du, das ist nicht so schlimm! Hm! Riecht ein bisschen nach Entwickler! Sind vielleicht ein paar Tropfen drauf gekommen! Aber daran gewöhnst du dich rasch! Na, du bist ja ein Herzchen! Na ja! Man kann eben nicht beides! Haushalt und Beruf! Wiedersehen, Vati! Ja! Karin, kannst du denn nicht wenigstens... Entwickler! Hammelrippchen mit grünen Bohnen! Mathilde, das riech ich ganz genau! Schau! Meine Nase ist ja schließlich nicht auf den Kopf gefallen! Ach, Mathilde! Wenn ich noch an deine Hammelrippchen denke! Ja, und hier muss ich mich von Entwickler ernähren! Aber, weißt du was? Ich glaube, es ist besser, wenn ich mir doch eine Haushälterin nehme! Nicht? Das ist viel zu lang, was wir da geschrieben haben! Eine Annonce setzt man so auf, dass nicht alle Worte ganz sind! Wenn man nämlich nur die Hälfte schreibt, dann kostet's auch nur die Hälfte! Zum Beispiel so! Am besten ist, Sie setzen sich da her! Schreiben Sie diesbezügel... Diesbezügel... meines Haushaltes... F.F. Lippt, Hausdame! Was heißt F.F. Lippt? Das steht doch an allen Fischgeschäften! F.F. lebende Karpfen! Hey! Ich brauche ja keinen lebenden Karpfen! Ich brauche eine lebende Hausdame! Ah, das stimmt schon so! Schreiben Sie doch weiter! Stattel... Ersch... Stattel... Was? Stattel was? Stattliche Erscheinung heißt das! Ach, Stattel-Ersch! Ja! Das ist gut! Stattel-Ersch! Und wie alt? Mit 40! F.F. Bisschen jünger wären wir ja lieber, nicht? Kann man nicht schreiben mit 30! Ich finde, das ist zu jung! Ah ja! Na gut! Schreiben wir also! Hausdame mit 40! Stattel-Ersch! Für Witwer mit 5 Töchtern! Ach, Herr Scherzer! Wo denken Sie denn hin? 5 Töchter! Da meldet sich ja keine Sau! Ja, dann schreiben wir, für alleinstehende Sau... Äh, Altfeld, Sie reden immer ein Blödsinn zusammen, wirklich! Für alleinstehenden Witwer ohne 5 Töchter! Zwecks Haushaltführung gesucht! Zwecks Haushaltführung gesucht! Vorzustellen bei Scherzer! Nein, nein, kein Namen! Wo sagt die Redaktion des Blattes? Halt, dies muss noch dazu! Gute Schlafgelegenheit, angenehme Örtlichkeit! Wo sagt die Redaktion des Blattes? Zurück Gumpel Guten Morgen! Julchen, bleib auf... Wie aufstehen! Nein, nicht kitzeln, Julchen! Julchen, ich schenke dir einen Groschen. Nein, nicht Julchen, zwei Groschen. Drei Groschen schenke ich dir, Julchen. Keine Groschen, keine Groschen. Nein? Gedicht. Was, ein Gedicht? Nee, so früh am Morgen Gedicht. Ja, ja, Julchen, ich sag dir ein Gedicht. Ja, ich sag dir ein Gedicht. Ja, komm, ich sag dir. Also, was denn? Das Blümchen. Im Walde wächst ein Blümchen. Ein Blümchen weiß und rot. Das möchte ich gerne pflücken, denn morgen ist es tot. Ich will es ins Wasser legen, bis das es fast ertrinkt und es so lange hegen, bis Papi sagt, es stinkt. Nachmach. Oh, 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 Julchen. Ich hab noch Zahnschmerzen. Du musst zum Onkel Doktor gehen, aber sofort. Jawohl, Frau Oberst. Die alte Schreckschraube. Die kommt bestimmt auf Vadis Annonce. Bloß nicht aufmachen. So, nun komm, mein Kind. Dann lassen wir ja endlich. So. Nein, es wird so schlimm nicht werden. Scherzer, Scherzer. Ja, der Doktor wird dir heute vielleicht den Kiefer aufmeißeln müssen. Ach. Aber das steht alles vorbei. Kindchen, siehste, das kommt davon, weil du auf das dumme Brötchen gebissen hast. Ja. Also, auf Wiedersehen, Herr Carstens. Wenn Sie heute Nacht wieder nicht schlafen können, nehmen Sie ruhig mal die Tabletten. Sie sind der Nächste, nicht wahr? Ja. Nein. Das eilt nicht. Tut gar nicht mehr weh. Auf der Seite. Wenn die Frau Dame vielleicht. Nein, nein. Sie waren vor uns da. Ah, ein Augenblick noch. Ich stehe sofort zur Verfügung. Ach, das tut ja so weh. Und siehst du, die Tabletten haben mir auch nicht geholfen. Die Tabletten haben nicht geholfen. Siehst du, ich hatte ja immer gesagt, du sollst zeitig zum Zahnarzt gehen. Ja, aber das sagt man alles so. Ach, tut das weh. Kommen Sie nur ruhig herein. Oh, ähm. Ihr Name, bitte? Scherzer, Friedrich Scherzer. Ja, bitte nehmt. Herr Scherzer, oh guten Tag, das freut mich aber wirklich. Bitte schön, Herr Scherz. Wenn Sie Platz nehmen. Julchen, wir müssen jetzt zur Schule. Du bist allein im Haus, bis Papi wiederkommt. Geht ruhig los, habt keine Angst. Dass du mir aber nicht die Tür aufmachst, wenn es klingelt, hm? Bestimmt? Bestimmt. Schwör es. Ich schwöre. Sie machen immer so, das klingt so unberuhigend. Ja, Sie hätten auch früher kommen sollen. Nein, das geht nicht. Ich stehe nie vor sieben Uhr auf. Das meine ich nicht. Ich meine, Sie hätten ein paar Jahre früher kommen sollen. Na, da hatte ich ja nur meine Milchzähne. So, Herr Scherzer. So. So, und jetzt machen Sie schön den Mund auf, ja? Ganz weit auf. So. Ah. Ja, aber was ist denn los? Das kann doch überhaupt nicht so wehtun, Herr Scherzer. Ja, nur etwas. Na, wollen Sie denn in den Keller, Herr Scherzer? So, spülen Sie bitte. Tja, ich glaube, wir werden doch extrahieren müssen. Ja, extrahieren Sie so viel Sie wollen, nur ziehen Sie mir nicht den Zahn. Es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Früher oder später muss der Zahn mal raus. Ja, da komme ich später noch mal wieder. Nein, bleiben Sie nur hier, Herr Scherzer. Vielleicht können wir den Zahn doch noch retten. Aber wenn der Nerv noch lebt, wir werden es mit Lachgas versuchen. Da spüren Sie überhaupt nichts. Und wenn Sie doch etwas Schmerzen haben, das stört mich dann gar nicht. Wenn Sie Schmerzen haben, stört es mich auch nicht. Aber Herr Scherzer, kommen Sie. Ach, jetzt muss ich lachen, ja? Nein, nein, Sie müssen zählen jetzt. Bei eins anfangen. Ist doch egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Bube, Dame, Kü... Nein, elf, zwölf... Ich muss immer noch nicht lachen, Herr Doktor. Herr Scherzer, nun kommen Sie. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn... Das waren eben meine sechs Lottozahlen, Herr Doktor. Scherzer, nun so kommen Sie. Guten Tag, Kleine. Ist dein Vati nicht zu Hause? Vati kommt gleich. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte. Der Vater ist wohl nie zu Hause, wie mir scheint. Hoppla. Fang ihn doch. Türen gibt's hier genug zu putzen. Sehen Sie sich mal den Teppich an. Schön schmutzig. Komm doch mal her, Kleines. Ihr habt doch sicher eine Putzfrau. Putzfrau? Eine reine Macherfrau, weißt du? Die auch waschen, flicken und putzen kann. Wir brauchen keine Putze, Flicke, Waschefrau. Was braucht ihr denn? Eine Mutti. Tümpfer, Tümpfer. Hallo? Moment, bitte. Für Sie. Dankeschön. Ja, hier Karin Scherzer. Klaus! Was? Na, du bist ein Esel. Wie kannst du bloß Vater einen Nerv ziehen, solange er noch nicht tot ist? Ja, ich kann doch nicht warten, bis dein Vater tot ist. Ach so. Naja. Ich glaube, das muss am Lachgas liegen. Das hat nicht so gewirkt. Ja, und dann hatte ich das entsetzliche Pech, dass meine gute Großmutter starb. Und gleich darauf starb auch die Schwester meiner Tante und nun ist auch mein lieber Mann sehr krank und ich, ich muss arbeiten gehen. Komisch, dass ich gar nicht lachen muss. Lachen? Ich habe bis 97 gezählt. Dieser Zahn hier ist es. Da drinnen sitzt ein Irrsinniger. Typischer Berufsneid. So was kennt man ja nun langsam. Also das kleine Püppchen da draußen ist wohl Ihre Tochter? Ja, sie ist fünf. Sie ist aber noch sehr rüstig. Sie ist aber doch die Einzige. Ja, nicht nur die Einzige, sie ist auch die Kleinzige. Bis auf die beiden Mittleren natürlich. Also drei Töchter? Nein, Herr Scherzer. Die beiden Mittleren? Also ist da noch eine? Ach, wie Sie das alles so merken, nicht? Natürlich, die Älteste. Wenn es keine Älteste gäbe, gäbe es doch keine Mittlere. Gell? Nein. Nein, das ist mir zu viel. Vier Töchter? Also vier Stück. Das ist aber eine ganze Menge, wenn man so bedenkt. Oh, in 20 Jahren. Alle vier Jahre eine. Das hat sich so zusammengeleppert. In 20 Jahren. Alle vier Jahre eine. Ja, das macht doch aber fünf. Fünf? Ach, ja. Da habe ich mich doch wirklich verzählt. Die kleine, arme Ulla. Na ja, die steckt immer so dazwischen. Die sieht man kaum, nicht? Dann betreuen Sie mal Ihre Fünfe alleine. In Ihrer Annonce stand alleinstehender Witwer. Unglaublich sowas. Oh, Mathilde. Was hast du mir da bloß eingebrockt? Fünf Töchter. Aber ich habe es dir ja immer gesagt und du wolltest nie hören. Und jetzt haben wir den Salat. Die nächstbeste, bitte. Aber Julchen. Du bist gar nicht gut, Papi. Ach, du bist ja auch ganz heiß. Du meine gute Güte. Du hast doch nicht etwa Fieberchen. Ich bin so gut. Ja, komm, Papi bringt dich ins Bettchen. So. Sag, wo gehen wir denn hin, Kinder? Ja, am besten zum Stammtisch. Wieso Stammtisch? Na, in unserer Eisdiele. Oh, prima. Na, komm, steig auf. Steig auf. Hup. So, was heißt hier? Hup. Kein Mensch ist da, der sich um das kranke Julchen kümmert. Die Ulla ist nicht da. Die Karin ist nicht da. Die Anne ist nicht da. Die Marie ist nicht da. Ja, nur der gute Papi, der ist immer da, gell? So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das Hemdchen ankriegen. Wo ist denn das Köpfchen? Ach, da oben. Ja, so. Ach, lauter Ärmchen kommen da raus, da auch. Ja, so. Komm, jetzt bring ich dich ins Bettchen. Wenn sich weiße Nebel senken und die Sonne geht zur Ruhe, musst du an ganz was Schönes denken. Komm, mach deine Augen zu. Und ich streichle dir das Köpfchen und ich küsse dein Gesicht. Oh, musst du vielleicht nochmal aufs Töpfchen oder brauchst du etwa nicht? Nein? Ach, du warst ja erst gestern, ja. Schlafe ein, mein Schätzchen und träum von einem Kätzchen, vom Püpfchen bunten Steinchen. Schlaf ein, Schlaf ein, Schlaf ein, mein Mädchen. Ein Engel geht durch Städchen, ganz leis auf nackten Beinchen. Schlaf ein, Schlaf ein, mein Schätzchen. Bitte schön. Vier gemischte Eis, bitte, ja? Du, dreh doch mal das Dings da an. Das Dings da an. Ach, zu. Was macht ihr denn so? Ach, lassen Sie, das mache ich schon. Danke. Toll, was? Mensch, der zuckt einen feschen Daumen. Boah, gigantisch, toll. Na, und vor allem laut. Ach, genau, ich setz mich mal rüber. Boy, oh boy, that's marvelous. Du, die Platte hab ich übrigens. Wieso, gibt's die schon? Auf dem deutschen Schnulzenmarkt natürlich noch nicht. Aber ich mich mal in Beziehung zu meinem Amifrein. Gut, Jackie, die musst du uns brauchen, ja? Die geb ich nicht aus der Hand. Ach, komm doch mal zu uns nach Hause und spiel sie uns vor. Ja, damit dein Vater dann zusammenbricht, da bringen wir gleich einen Arzt mit. Warum denn das? Vati ist fast nie zu Hause. Wunderbar, dann sollen wir mal kommen. Warte mal, morgen mal fünf, okay? Okay. 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 Einmal mit der Bonn und Aspirin, bitte. Hola. Guten Tag. Guten Tag, Kind. Ist jemand krank bei euch? Ja, Jülchen. Jülchen? Sie hat Schnupfen oder Grippe oder sowas. Oder sowas. Na ja, das wissen wir auch nicht so genau. Vati meint, Aspirin oder Rizinusöl würde immer helfen. Na, was hat denn Rizinusöl mit Grippe zu tun? Das weiß ich auch nicht. Ja, und wer pflegt, Jülchen? Ich. Du? Ist Vati nicht zu Hause geblieben? Nein, aber ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Hat sie Fieber? Ich glaube schon. Ich komme nachher mal vorbei und sehe mal nach Jülchen. Geben Sie mir doch bitte eine Tüte Fliedertee. Sehr wohl. Sag mal, kann sich denn deine große Schwester nicht um Jülchen kümmern? Nein, Karin hat keine Zeit. Sie muss doch bei der Zeitung fotografieren. Folgen Scherzer, wissen Sie schon wegen der Kosnowitsch Bescheid? Ich weiß nur, dass sie im Kronprinzen abgestiegen ist. Also dann notieren Sie mal, Alja Kostowitsch, weltberühmte Pianistin, heute angekommen, Hotel Kronprinz, Zimmer 33. Ja? Kurz Interview und Foto. Gut. Und seien Sie mal ein bisschen diplomatisch, Scherzer. Die Kostowitsch soll nämlich sehr kamerascheu sein. So was liebe ich. Na, Sie werden das schon schaffen. Jedenfalls brauchen wir das Bild noch bis zum Redaktionsschluss. Wie Sie das anstellen, ist mir Piepe. So, mein Spätzchen. Jetzt gibt's ein schönes Tässchen Tee. Ich hab Hunger. Hunger? Ist doch prima. Kinder, die Hunger haben, werden ganz schnell wieder gesund. Was möchtest du haben? Was zu essen? Grießbrei? Ja. Ulla, kannst du Grießbrei kochen? Ich? Nein. Na, dann komm mal mit in die Küche. Dann lernst du es gleich. Ja. Oh, bitte, Kneefrau, bleiben Sie so. Nix, 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 Foto. Ach, bitte, nur eine Aufnahme. Ich bin von der hiesigen... Nix heute, nix heute. Mir ist so schlecht. Ich, ich, ich habe so Migräne. Ganze Kopf. Hier Zug, da Zug. Sie sind krank? Ja. Ja, um Gottes Willen, Kneefrau, wo haben Sie denn Schmerzen? Na, überall. Ganze Kopf. Ach, das ist typisch, typisch. Wieso typisch? Soll ich Ihnen sagen, woher das kommt? Von den Zähnen. Sie haben Zahnschmerzen. Ja, meinen Sie? Ja, ganz bestimmt. Also mit diesen Zähnen können Sie unter keinen Umständen Klavier spielen. Ich habe keine anderen. Das macht nichts. Wissen Sie was, Kneefrau, ich werde Ihnen helfen. Ich habe nämlich die besten Beziehungen zu Dr. Hellmann. Wer ist Dr. Hellmann? Sie kennen Dr. Hellmann nicht? Aber Kneefrau, wissen Sie was, ich werde gleich versuchen, für Sie einen Termin festzumachen. Und ein Löffelchen für Fatih. Ich mag es. Aber Spätzchen, du hattest doch solchen Hunger. Hat sie denn Fieber? Ach, aber Kinder fiebern ja leicht. Na nun. Entschuldigen Sie, Herr Scherzer, ich habe mal nach Julchen gesehen. Die Ulla war ja ganz allein mit dem kranken Kind. Das ist aber sehr, sehr lieb. Papu. Mein armes Julchen. Komm, Ulla, lass mich mal sitzen. Armes, krankes Häschen. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Hüpf, Häschen, hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Siehst du, Häschen, ist alles halb so schlimm, nicht? Hab so Durst, Papi. Ich mache dir dann eine Zitronenlimonade, ja? Ach, das ist aber lieb von Tante Hansen, nicht? Bitte, vielleicht haben Sie mehr Glück. Nee, das glaube ich nicht. Ulla, zeig du doch mal, Frau Hansen, wo die Zitronen sind. Ja, Fati. Ja? So, nun wollen wir mal ein ganz feines Fresserchen machen. Ich mag nicht. Aber Julchen, wo dein Papi ein so schönes Breichen für sein Julchen hat. Also, pass mal auf. Ein Löffel für Julchen. Ein Löffel für Karin. Ein Löffel für... Papi. Einen Löffel für... Ulla. Und einen für Anne. Und einen Löffel für Marie. Einen Löffel für die gute Tante Hansen. Und ein Löffelchen fürs kleine Julchen nochmal. Na, das hat aber dir sicher fein geschmeckt, was? Ja. So, Ulla kommt gleich mit der Limonade. Danke. Aber Herr Scherzer, in Ihrer Küche sieht's aus, als hätten da die Hottentotten geraust. Nein, das glaube ich nicht, Frau Hansen. Also Hottentotten waren schon lange nicht mehr bei mir. Nein, aber im Ernst, da muss wirklich mal Ordnung gemacht werden. Oh, was haben wir denn da für ein braves Spätzchen? Hat ja alles aufgegessen. Gell. Und zur Belohnung gehe ich mit dir auf die Kirmes. Oh, ja. Die Musikbox spielt immer zu den gleichen Fox. Daneben sitzt ein Mann ganz still, der seine Brau vergessen will. Doch weil der Mann die Dame nie vergessen kann, kommt nie ne andere Platte dran. Nur dieser Fox, der Musikbox. Was machen Sie denn, Herr Scherzer? Sie sehen ja so komisch aus. Ja, Julchens Schürze ist mir eine Nummer zu klein. Ja, das ist ja auch keine Männerarbeit. Oh, wenn man fünf Töchter hat, ist es doch klar, dass der Vater die Hausarbeit tut. Also lassen Sie mich das mal machen. Aber Frau Hansen. Kann ich die Schürze hier haben? Bitte. Darf ich Ihnen helfen? Bitte schön. So. Oh, die ist links rum. Oh, andersrum. Ja, natürlich. So, Frau Hansen, bitte schön. Sie würden die Teller ja doch nur zerbrechen. Ja, wissen Sie was, Frau Hansen? Zerbrechen wir doch die Teller gemeinsam. Was? Ja, Sie spülen und ich trockne sie dann ab. Die Teller natürlich. So, und jetzt wollen wir anfangen. Ja, Frau Hansen. Jetzt werden wir aber schnell fertig, nicht? So. Also, schneller würde ich fertig, wenn Sie mir nicht helfen. Komisch. Das hat mir meine Mathilde auch immer gesagt. Oh, Kind. Doktor ist eine wundervolle Mann. Ich liebe ihn. Er ist herrlich, bezaubernd, großartig. Dann hat er Ihnen geholfen. Geholfen, geholfen. Gerettet hat er mich. Ich bin so glücklich. Und an dem allem sind Sie schuld. Doch er ist eine sehr charmanter Mann. Dann darf ich wohl jetzt ein Foto von Ihnen machen. Oh ja, jetzt dürfen Sie. Nee, Frau, ich möchte Sie nur bitten, einen Moment ganz ruhig zu sein. Klaus, würdest du bitte verschwinden? Ja. Schön. Aber bitte nur ein Foto. Jetzt muss ich wirklich gehen. Auf Wiedersehen, Kindchen. Auf Wiedersehen, Kindchen. Auf Wiedersehen, Kindchen. Auf Wiedersehen, Kindchen. Auf Wiedersehen. Das ist wie deine Mua. Auf Wiedersehen. Oh du, das hat ja ewig gedauert. Die Tante muss ja ein ganzes Bergwerk voll Plomben im Mund haben. Wieso Plomben? Der hat doch gar nicht gefehlt. Das waren nur die Nerven. Und du hast zwei Stunden lang an ihrem Mundwerk herumgebastelt? Du, das finde ich aber großartig. Das gibt sich ja eine Mordsrechnung. Ach wo. Die hat mir doch ihr ganzes Leben erzählt. Das hat sie aber dann beruhigt. Sie ist aber eine ganz nette Person, du. Am Schluss habe ich hier die Zähne nur ein bisschen gereinigt. Und die Rechnung? Fünf Mark. Was ist denn los, Liebling? Ja, ich muss mir nur mal in aller Ruhe einen Irren betrachten. Ja, was soll denn das wieder heißen? Ich bring dir eine Millionärin in den Laden. Und was machst du? Du lässt sie einfach mit fünf Mark laufen. Tausend Dollar hättest du einstreichen können, eine Dauerpatientin. Ach Karin, ich bin doch ein Arzt und kein Devisenschieber. Ach was? Du liebst mich einfach nicht. Alle, das Bügeleisen. Himmel, meine Bluse. Also wenn du jetzt nicht bald aufhörst zu bügeln, dann kann ich ja wieder gehen. Boah, ich bin ja gleich fertig. So, Zigarettenpause. Übrigens, meine Hose könnte auch mal eine Falte vertragen. Stimmt, wie ein Lord siehst du nicht gerade aus. Will ich ja gar nicht. Hey, wo gehst denn du hin? Weg, bist du wahnsinnig. Meine Damen und Herren, hiermit darf ich Ihnen vorstellen, Mist, Plättbrett 1957. In Ihrer ach so majestätischen Heimat. Ah! Hände weg, sonst kriegst du eine geplättet. Aber Herrschaften, was ist denn hier los? Hier. Wir plitten gerade. Das sehe ich. Aber das geht doch nicht. Anne, stell das Ding mal ab. Julchen ist krank und schläft hier über diesem Zimmer und ihr macht einen Lärm, dass man denkt, die Welt bricht zusammen. Und die Herren wollen sich wohl am besten jetzt verabschieden, nicht? Ja, wir sind sowieso gerade am Gehen. Bye, bye. So long. Aber für sehr long, wenn ich bitten darf. Of course, milady. Of course. Entschuldigen Sie schon, wir konnten ja nicht ahnen, dass Sie im Haus sind. Aber Kinder, darauf kommt es doch gar nicht an, ob ich im Haus bin oder nicht. Ihr könnt aber schließlich nicht hinterm Rücken von eurem Vater diese beiden Jünglinge ins Haus holen und euch auf dem Sofa rumlümmeln. Na, ist das denn so wichtig? Natürlich. Unser Vati hat bestimmt nichts dagegen. So, dann können wir es ihm ja auch erzählen, nicht? Da kommt er nämlich gerade. Was, jetzt schon? Hm, er kommt heute ein bisschen früher, wegen Julchen. Guten Tag, Frau Hansen. Guten Tag. Nanu, ich denke, ihr seid in der Schule. Wir? Wir sind eben gekommen. Ach. Nanu, das riecht ja hier so nach Zigarettenrauch. Habt ihr geraucht? Das war ich. Ja, und jetzt ist es höchste Zeit für mich. Wiedersehen. Wiedersehen. Also. Übrigens, Herr Scherzer, in der Küche, da steht der Brei für Julchen, der braucht nur noch aufgewärmt zu werden. Danke, Frau Hansen. Und es wäre sehr schön, wenn ihn Julchen diesmal selber essen würde. Jawohl, Frau Hansen. Also, wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Hansen. Ja? Frau Hansen, das war wirklich sehr lieb von Ihnen. Na, lasst, meine Kinder. Ist schon gut so. Vielen, vielen Dank. Vati. Vati. Was bedeutet das eigentlich, wenn man Herzklopfen hat? Dann hat man entweder zu viel gegessen oder man ist verliebt. Du sag mal, warum bist du eigentlich noch nicht im Bett? Du, Cari. Ich bin verliebt. Ist das nicht gigantisch? Ja, ja, ist schon gut. Das wäre aber gigantischer, wenn du jetzt endlich mal schlafen gehen würdest. Nacht, Vati. Du Knochen. Nacht, Cari. Guten Nacht. Kinder, Kinder, ist das himmlisch. Du, Vati. Ja? Ich muss dich mal was fragen. Aber bitte, Cari. Weißt du, ich meine, du willst... Du hast doch unsere Mutti sehr lieb gehabt, ja? Natürlich habe ich das. Ja, und du würdest doch jetzt nicht plötzlich eine andere heiraten. Wie kommst du denn darauf, Cari? Ja, weißt du... Na ja, Frau Hansen geht plötzlich hier ein und aus, als ob sie zum Haus gehörte. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Was redest du für ein Unsinn, Cari? Die Frau Hansen hat mal nach dem Julchen gesehen. Sie ist Arztwitwer und sehr nett. Ja, siehst du, so fängt es immer an. Man findet sie nett und sie macht sich nützlich. Und eines Tages ist sie dann unentbehrlich und dann... Dann haben wir auf einmal eine wildfremde Frau im Haus. Aber, ich meine, was soll denn eine Frau an mir altem Knopp noch finden? Vati, du bist noch eine blendende Partie. Vati, stell dir doch mal vor, ein Bibliothekar von Ruf und ein Herrn den besten Jahren. Du, und wenn du dich gerade hältst, wirkst du noch sehr stattlich. Weißt du, und dann hast du festes Einkommen und ein eigenes Haus. Das ist doch nicht zu verachten. Ja, aber zum Heiraten gehören zwei. So, mein Kindchen, und nun geh schön schlafen und schlag dir diese dummen Gedanken aus dem Kopf. Weißt du, als Bräutigam käme ich mir direkt lächerlich vor. So, so, gute Nacht, mein Kindchen, und schlaf schön. Gute Nacht, Vati. Gute Nacht, mein Kind. Du, und bitte nicht böse sein. Nein, nein, ich geh auch schlafen. Gute Nacht. Nacht. Na ja. Na nun, vom Jugendamt. Sehr geehrter Herr Aktenzeichen, Sie werden gehalten, der unterzeichneten Behörde binnen einer Woche Mitteilung darüber zu geben, ob und welche weibliche Aufsichtsperson Sie in Ihr Haus aufgenommen haben. Andernfalls für uns genötigt sehen. Das blickst noch mal. Das ist heiß, Vati. Na ja, das müssen wir doch sagen. Also, genötigt sehen, die Erziehung Ihrer Töchter unter die direkte Aufsicht der unterzeichneten Behörde zu stellen. Also, die Tinte will mir nicht über die Lippen. Nächstens fragen die mich noch, ob ich meine Hosen selber trage oder ob sie mir einen Hosenträger ins Haus schicken können. Aber, Vati, was machen wir denn? Wir haben doch nur noch eine Woche Zeit. Was machen wir? Was machen wir? Das machen wir. Das machen wir. Ich trage das zurück zu der unterzeichneten Behörde und sage den Herren, die können mich alle mal. Nein, nein, das tue ich nicht. Das verstehe ich gegen meine Vorschrift. Ja, aber ich muss doch das Schloss sehen. Ich muss. Ich komme doch von Mr. Pepperkorn. Ja, dann müssen Sie mit dem Herr Schlossverwalter selber sprechen. Der ist jetzt gerade in der Bibel-Dingsdorf. Da muss ich Sie aber zuerst anmelden. Ach, würden Sie nicht mitkommen? Da? Ja. Ja. Fahren Sie schon lang? Ja, ja. Steigen Sie ruhig ein. Der Hund, der nicht mauren wollte. Die Leiche mit den elf Fingern. Da müssen Sie es reinschlupfen. Herr Scherzer? Ja? Da ist eine Dame, die Ihnen sprechen möchte. Ja, Moment noch. Ich komme von Mr. Pepperkorn. Ach, von Mr. Pepperkorn. Einen Moment, ich bin schon unten. Womit kann ich dienen? Mit Schlösschen. Ja. Bin Frau Kostowitsch. Und jetzt komme ich von Mr. Pepperkorn und soll besichtigen Musikinstrument für Konzert. Ach, Sie meinen das Spinett? Das steht hier, ja. Das ist aus dem Barockko. Das ist zwar schon sehr alt, aber es spielt noch. Besonders, wenn man die Tasten runterdrückt. Und da kommt manchmal eine ganz kleine, zarte Musik heraus. Hübsch, nicht? Wunderbar. Ach, wissen Sie, ich liebe Musik. Mit Mozart stehe ich jeden Morgen auf und mit Tchaikovsky gehe ich jeden Abend zu Bett, sozusagen. Sagen. Ich komponiere auch. Tag, Karin. Tag, Klaus. Danke. Oh, guten Tag, mein Dank. Du, ich habe das Bild in der Zeitung gesehen. Ich muss sagen, prima, ist doch ein sehr schöner Erfolg für dich auf der Titelseite. Das ist nett von dir. Dankeschön. Weißt du, ich habe mir gedacht, wir machen uns heute mal einen gemütlichen Tag. Fein. Einen Tag, an dem wir uns garantiert mal nicht zanken. Du machst dich hier schnellstens frei. Ich habe meine Praxis einfach abgeschlossen. Was hast du? Meine Bude hat dich gemacht. Dann können wir doch prima ins Grüne fahren und deinen Erfolg feiern. Jetzt? Aber, Klaus, wie stellst du dir das vor? Ich habe doch irrsinnig viel zu tun und du kannst doch nicht einfach deine Praxis im Stich lassen. Wenn jetzt ein Patient kommt. Ach, kommt doch keiner. Ach, bei dieser Berufsauffassung wird doch nie einer kommen. Bitte, Karin, nun fang nicht wieder damit an. Ich möchte wirklich mal wissen, was du dir unser Berufsleben vorstellst. Ach, vermutlich bin ich ein hoffnungslos doofer Trottel. Klaus, bitte nimm dich zusammen. Was sollen denn meine Kollegen denken? Das ist mir doch wurscht. Ich kann dieses Gefasel nicht mehr hören. Rede doch nicht so laut. Ich rede, wie es mir passt, sobald wir es um meine liebe Stimme nicht mehr zu hören bekommen. Ach, Klaus, bitte. Weißt du, was du bist? Du bist auf dem besten Weg, eine eklige alte Spinatwachtel zu werden. Jawohl, Spinatwachtel, die nichts als ihren Beruf im Kopf hat und die den Sonnenschein nicht mehr von einer Bürolampe unterscheiden kann. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Bist du hierher gekommen, um mir das zu erzählen? Und ich gebe mir alle Mühe, dir zu helfen. Warum dich niemand gebeten hat? Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit Jülchen. Sie sieht doch viel besser aus, finden Sie nicht? Ja, dank Ihrer gütigen Pflegelei, Pflegerei. Dann hören Sie mal, Herr Scherzer, mit der Weste können Sie aber nicht mehr rumlaufen. Ja, die Weste lässt manchmal ein bisschen ihren Knopf hängen. Och, sie ist aber schon dran gewöhnt. Na, dann wollen wir es ihr mal schnell abgewöhnen. Ja, oh, das wäre nett. Wollen wir mal sehen, ob wir ein Nähkästchen finden, bitte. Dankeschön. Bitte, Frau Hansen, nehmen Sie Platz. Bitte, bitte. Dankeschön. Junge, das ging aber schnell. Ja, ich wundere mich auch. Das Nähkästchen hat doch sonst nie gestanden. So, beziehen Sie mal Ihre Jacke aus. Ja, Frau Hansen. Na, der ist aber auch seit Generationen nicht mehr aufgeräumt. Bei fünf Töchtern. So, bitte. Danke. Darf ich Ihnen vielleicht ein Gläschen Wein anbieten? Da sage ich nicht nein. Na nun, die Gläser stehen ja auch da, wo sie hingehören. Das ist aber komisch. So, trinken Sie erst mal, ehe Sie zur Arbeiten beginnen. Gerne. Das ist ein Wein für besonders liebe Gäste. Ach. So, Frau Hansen, Prösterchen. Prösterchen. Oh. Wie bitte? Mit meinem Ohr ist was nicht in Ordnung. Du hast doch guten Tag gesagt, Karin. Guten Tag. Guten Tag. Sieh dir mal an, Karin. Frau Hansen macht aus mir ein Mode-Gag mit angenähtem Knopf. Bitte schön. Danke schön. Wie reizend von Ihnen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, Vater. Ja, eben. Der Knopf baumelt ja auch erst seit drei Wochen. Na, dann will ich jetzt mal einen Kaffee kochen. Nein, danke, Karin. Ist schon geschehen. Die Frau Hansen kocht ein prima Kaffee. Wie schön. Was ist denn los? Was machst du denn für ein Gesicht? Ach, das wird ja immer schöner. Jetzt sitzt Frau Hansen schon im Muttersessen. Na und? Lasse doch. Ich finde es geschmacklos. Guten Tag, Frau Hansen. Ja, Kinder, ich wollte mich verabschieden. Julchen geht's besser. Sie braucht keine Pflege mehr. Und dann kommen Sie nie wieder? Nein. Das tut uns aber leid. Na ja, wenn's Julchen doch schon besser geht. Na ja, Frau Hansen könnte ja trotzdem mal vorbeikommen, nicht? Mal nach dem Rechten sehen und so. Lass, Kinder, ich mach das schon. Frau Hansen hat ja schließlich auch ihren eigenen Haushalt. Natürlich. Also. Auf Wiedersehen, Frau und Karin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn Sie gestatten, bringe ich Sie noch ein paar Meter. Danke schön. Bitte. Auf Wiedersehen, Frau Hansen. Auf Wiedersehen. Und herzlichen Dank. Aber das hab ich doch gern getan. Ein Moment noch, Frau Hansen. Ja, bitte. Bitte. Dankeschön. Jetzt haben Sie sechs Schnäpschen und vier Bier getrunken. Möchtens nicht allmählich aufhören? Das kann Ihnen doch ganz egal sein. Sie kenn ich doch. Woher denn? Ich bin dem Schloss sein Gärtner. Wir kennen uns doch von der Karin her. Ach so. Hören Sie mir bloß mit der auf. Mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Ach so. Habt ihr euch verzankt? Verzankt. Ich habe endlich mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Ja, auf den Tisch nützt das nix. Sie müssen mit der Faust auf ihr Hinterteil schlagen. Nein, wirklich, das haben die Frauen sich mir manchmal direkt gern. Ein helles. Nee, nee. Wissen Sie, man muss zu einer Frau nett sein. Hm? Nett und ritterlich. Man sagt nicht einfach Spinatwachtel zu ihr. Verzahlen. Sie ist her. Jawohl, 6,80 Meter, der Herr. 6,80 Meter. Sie, jetzt gehen Sie mal hin zu der ihrigen. Legen Sie schön übers Knie. Nein, sehr. Sie werden sehen, die frisst Ihnen direkt aus der Hand. Aha. Nein, gehen Sie hin. Sie werden sehen, gehen Sie hin. Ach, Quatsch. Ich gehe nach Hause. Sie, Sie meinen, ich soll hingehen? Ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht. Ha. Ha, ha. Nacht. 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 Und? Boah. Ha, ha. Nacht. Ha. Oh, Klaus! Liebling, du, ich wollte mich nur dafür entschuldigen, dass du dich so schlecht benommen hast, ja? Im Nachthemd, Bertha, im Nachthemd empfängt dieses Mädel Herrenbesuch. Tarin, Liebling, wir müssen uns doch mal aussprechen. Komm, geh jetzt. Was ist denn da los, Gabel? Nichts, Fati, nur ein... Liebling. Fati, Fati, was los macht? Was, eine Katastrophe, eine Katastrophe. Bei uns ist eine aufgekreuzt, also ich sage dir aus wie so eine alte Kräuterhexe. Ruhe zum Donnerwetter noch mal. Wer macht ja hier einen Kraft? Was ist denn eigentlich los? Wir wollten sie ja gar nicht reinlassen. Wen? Eine fürchterliche Person. Eine fürchterliche Person? Wen denn, Maria, erzähl mal. Na ja, da kam so ein Fräulein angetrottelt mit einem Köfferchen und einem Kompotthut. Nessel heißt die Alte. Behauptet, sie käme vom Jugendamt. Vom Jugendamt? Na, der werde ich aber Bescheid stoßen. Aber feste. Aber feste. Ich komme hier als Beauftragte des Jugendamtes. Und zwar auf eine Anzeige hin, Herr Scherzer. Anzeige? Ja. Ihre Nachbarin hat beobachtet, dass in ihrem Hause haarsträubend unsittliche Zustände herrschen. Meine Nachbarin? Jawohl. Hat mich angezeigt? So ist es. Nein, Fräulein... Nessel ist mein Name. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber das von Frau Hansen glaube ich Ihnen nicht. Sie ist eine prachtvolle Frau. Sie ist die Witwe meines Hausarztes. Die würde so etwas nie fertig bringen. Sie hat es aber getan. Sonst wäre ich ja nicht hier. Fräulein Nessel, das lasse ich mir nicht einreden. Packen Sie bitte sofort Ihre sieben bis acht Sachen und trollen sich auf der Stelle von der Stelle. Ich tue nur meine Pflicht. Wenn Sie Einspruch erheben wollen, müssen Sie sich schon an die Behörde wenden. Damit ein für alle Mal Klarheit herrscht. Mit Frau Hansen wird ab heute weder geredet noch gesprochen. Sie ist eine Spionin. Sie ist eine Spionin des Jugendamts. Sie ist schuld daran, dass diese alte Zimtzicke hier... Dass diese junge Zimtzicke hier eingekehrt ist. Ab heute ist der Fall Hansen für uns erledigt. Ein für alle Mal erledigt. Gell? Erledigt. Sehr richtig, mein Kind. Ich gehe aber mit Tante Hansen zur Kirmes. Hat sie mir versprochen. Julchen, das kommt nicht in Frage. Dann esse ich auch keine Suppe. Julchen, kannst du denn nicht artig sein? Doch, aber ich will nicht. Du isst jetzt deine Suppe, Julchen. Nur wenn ich zur Kirmes gehe. Wenn dein Vater einmal Nein gesagt hat, dann bleibt es auch bei Nein. Wir gehen nicht zur Kirmes. Pappi, du musst aufreiten. Was, ich, ich, ich soll reiten? Ja, Pappi auf dem Rott. Das möchte ich mal sehen. So, das möchtet ihr mal sehen. Gut, das werden wir gleich mal sehen, ob wir das sehen werden. Jetzt kann ihr heim, der will. Das war ja großartig, hören Sie mal. Pappi. Hallo, Tag, Pappi. Pappi, darf ich auch reiten? Ja, ja, mach schon, mach schon. Stör mich jetzt nicht. So, oh. Ist aber hoch, nicht? August, bring mal einen Tritt. Ja, ist das nicht gefährlich? Keine Angst, das Pferd wirft Sie bestimmt nicht ab. Aber Herr, Sie steigen doch verkehrt aufs Pferd. Na ja, Sie wissen ja gar nicht, wo ich hin will, ne? Immer mit dem linken Fuß in den Steigmüll. So. Oh. Entschuldigen Sie bitte. Gell? Wie heißt denn der Hengst? Lotte. Ach, Lotte, das habe ich mir auch gedacht. Also, hier drauf jetzt, ja? Ja. Oh, das ist ja der Bagatelle. Ich danke Ihnen. Der Pappi, der kann aber reiten. Anu, kennen wir uns denn nicht? Oh ja, natürlich, Sie sind Herr Scherzer, nicht wahr? Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Sie in Erinnerung, aber in keiner guten. Vorsicht, das Pferd ist glatt. So, Kinder, du müsstest aber schleunigst nach Hause. Ach, was, jetzt schon? Gut Nacht. Ich will noch nicht ins Bett. Doch, Junchen, gut Nacht. Ach, das liebe Fräule Nessel. Darf ich Ihnen etwas überreichen, Fräule Nessel? Oh, danke schön. Das ist nett, dass Sie zu uns gestoßen sind, Fräule Nessel. Da können Sie mal mit den beiden gleich nach Hause enteilen, nicht? Was? Jetzt schon? Ja, Fräule Nessel. Aber, ähm, geht schon mal vor, ja? Komm, bitte. Fräule Nessel, Sie würden mich zum glücklichsten Menschen machen, wenn Sie mir daheim ein Stündlein am Kamin die Zeit vertreiben würden. Oh, Herr Scherzer. Ja? Ein Stündlein? Ja? So viele Stündlein, wie Sie wollen. Oh, das kann ich ja gar nicht annehmen, Fräule Nessel. Jetzt bin ich glücklich, dass ich enteilen kann. Ja, ich aber auch. So, die alten Schrauben sind wir los. Du, Vati, dürfen wir noch ein bisschen? Was denn? Ach, bitte, bitte. Ja, weißt du, unsere Freundinnen sind nämlich auch hier. Ja, unsere ganze Klasse und wir haben sie noch nicht begrüßt. Bitte, Vati, nur ein halbes Stündchen. Du bist prima, ich wusste es ja. Ja, prima. Ja, prima. Vati, du komm, wir gehen nach Hause. Ja, das ist eine gute Idee. Sag mal, wer ist denn dieser nette junge Mann, der mit einem Hippodrom geholfen hat? Den kenne ich doch von irgendwo her. Lass doch. Ja, ist ja auch egal. Aber das sage ich dir, Karin. Dein Vater ist Karussell gefahren. Dein Vater ist vom Pferd gefallen. Dein Vater hat jetzt Recht auf Durst. Na so, Karin, kümmer dich, nett, dass du nicht da bist. Hallo, junger Freund, kommen Sie mal her. Das ist nett, dass Sie wenigstens da sind. Wollen wir zusammen ein Glas Bier trinken? Ja, natürlich, gerne. Zu zweit schmeckt es immer besser, gell? Gemütlich hier, ne? Aber ganz schön voll. Da wird frei. Gerade zu klassisch, wie der die Tüte bläst, ne? Na toll. Du siehst heute so hübsch aus. Ja? Findest du? Na ja, ich meine das Kleid. Nein, nicht das Kleid. Ich meine, du siehst in dem Kleid so hübsch aus. Oh ja, ich brage gern Kleider. Viel lieber als Hosen. Na ja? Ja. Na ja? Sehr heiß hier, nicht? Ja, sehr heiß. Sollten wir vielleicht nicht besser rausgehen, so an die Luft? Mhm. Na ja? Okay. Okay. Warum sind wir eigentlich rausgegangen? Drinnen war es doch, ich meine, dir war es doch drinnen zu heiß. Ach ja, ja. Ach ja, jetzt fällt mir ein, was ich dir sagen wollte. Was denn? Ich, äh, ich, äh, ich habe noch eine Platte zu Hause. Ach so. Mozart Klavierkonzert. Schöne Aufnahme. Ja. Ja, die möchte ich dir eigentlich schenken. Mir? Ja, wofür denn? Na ja, so zum Spielen, nicht? Ach, das ist lieb. Dankeschön, Fred. Wenn's dich freut. Ja, sehr. Weißt du, sie ist auch viel, viel schöner als all die anderen Platten. Warum seufzt du denn so? Es war so hirn. Ja. Hey, da seid ihr ja! Was macht ihr denn für Beerdigungsgesichter? Den ist die Luft hier zu mühsam. Na ja, bei der Musik kriegt ja schon Säuglinger einen Schlaganfall. Ach, quatsch doch nicht so dumm, Mensch. Dir ist doch stimmt langweilig. Wollen wir nicht lieber für unser Turnier üben gehen? Na, du bist gut. Wir müssen doch nach Hause, wenn das Fati merkt. Fati merkt. Gott, sehr wichtig, ja? Du sag mal, wo ist Fati eigentlich? Du, da sitzt er. Ja, Fati im Bierzelt. Na du, dann haben wir aber noch lange Zeit. Na, bestimmt. Weißt du was? Wollen wir nicht den Club alarmieren? Ja, du, das ist überhaupt die Idee. Los! Na, Mademoiselle, darf ich mal einen Senf dazugeben, hm? Du, da ist Altfeld. Geh doch schon mal in den Saal. Da ist ein doller Kasten hier. Ja. Vorne im Fall. Guten Abend. Na, Altfeld. Guten Abend. Na nun, was ist denn hier los? Wieso hier? Nichts ist los. Na ja, die Jungs da. Ach du, Altfeld. Was ist denn das? Das ist ein Folterstuhl da an Ritterristungen und so. Plumszeug, das der Herr Mr. Peperkorn bestellt hat. Kann man sich hier mal hinsetzen? Ja, probieren könntest du schon. Na, aufs Appressiv im Hinterteil. Du, Altfeld, du musst uns helfen. Vater ist nämlich heute Abend weg und wir brauchen den Saal für unsere Tanzprobe, weißt du? Nächste Woche haben wir Tanzturnier und, weißt du, die Jungs kommen und auch die Kapelle kommt gleich. Nix, nein, nein. Nix zu machen darf ich nicht. Altfeld, bitte. Nein, nein, nein. Das zieht bei mir nimmer. Sehen Sie mal, wie wär's denn damit? Das zieht. Das finden Sie aber gar nicht komisch, was? Wie? Oh ja. Ja. Ich hab nur gerade an etwas gedacht. An Mädchen, was? Ja. Ist aber kein lustiges Mädchen, nicht wahr? Sie machen ja ein Gesicht, besonders da vorn. Ja, ich hätte das immer mitgegeben. Aha. Na, dann schütten Sie mal. Was soll ich denn schütten? Ihr Herz aus. Erzählter Schmerz ist halber Schmerz. Früher saß man bei Wein oder Tee ganz gemütlich in einem Café. Und bei zärtlicher Tango-Musik fanden selig die Pärchen ihr Glück. Die Romantik, die liebte man sehr. Heute kennt man so etwas nicht mehr. Jede Zeit trägt ein anderes Gesicht. Und der Tango ist heute zu schlicht. Junge Menschen, die finden es Bad. Denn sie langweilt der alte Salat. Darum tanzen sie heute wie toll. Rock'n'Roll. 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 Das ist die Musik von heute. Rock'n'Roll. Schreien verzückt die jungen Leute. Rock'n'Roll. Bring in die Straße, bring dich diese Musik. Rock'n'Roll. Hemmungslos und ausgelassen. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Tanz kann heute schon auf den Straßen. Rock'n'Roll. So heißen Rhythmus gab es nie. Rock'n'Roll. 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 Na nun, Sie machen ja so ein trauriges Gesicht. Sagen Sie mal, wie ich so, Sie kommen mir aber sehr bekannt vor. Haben die uns nicht schon mal irgendwo kennengelernt, oder? Bis jetzt noch nicht. Aber wenn Sie mich nicht sofort in Ruhe lassen, dann werden wir uns schon noch kennenlernen. Verlassen Sie sich drauf. Dann eben nicht. Ne, ne. Ich sage Ihnen nicht, ihr Name. Es wird auch gar nichts zur Sache. Du musst ja noch eine flotte Eule sein, ihr Freunde. Wenn das meine Tochter wäre, also mindestens. Was? Ja. So schlimm ist es ja gar nicht. Ne. Hab sie auch sehr gern. Aber ist endlich aus. Verdorben. Verdorben. Gestorben. Aus. Aus. Seien Sie so froh, dass Sie diese alte Zickel los sind. Ja. Sie müssten mal meine Töchter kennenlernen. Sehen mir alle ähnlich. Prima, Kinder. Gell? Karin Uhu. Komm mal her. Dein Vati will dich ja einen netten, jungen Mann vorstellen. Dankeschön. Mein Bedarf an jungen Männern ist bedeckt. Sie da. Vati, komm, wir gehen jetzt. Ja. Marie und Arne sind schon vorgegangen. War ein netter Abend heute Abend, nicht? Ja. Haben Sie gelacht? Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn ich nur wüsste, wo ich Sie schon mal gesehen habe, würde ich auch egal. Ja. Ja. Kieße hier. Komm. Wo ist bei Nacht viel zu sehen? Wo's die Bananen, was gratis gibt? Da ist ein Herztag und Nacht verliebt. Wo sind die süßesten Frauen? So wie ein Rehschlang und Frauen. Hier in Jamaika. Jamaika, Joe. Was träumst du von der Ferne? Jamaika, Joe. Warum bleibst du nicht hier? Jamaika, Joe. Im Land der goldenen Sterne. Jamaika, Joe. Träumt jede Frau von dir. Jamaika, Joe. Racken, Racken, Rackenloch. Racken, Rackenloch. Racken, Rackenloch. Racken, Rackenloch. 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 Black idiots. Euch werde ich schon helfen.ben idiots. Herr подготов Корne, haben sie Kopfschmerzen? Du bist immer so katzbürstig, Karin. Der junge Mann war doch sehr nett. Wenn ich bloß wüsste, wo ich den schon mal gesehen habe. So ein netter Kerl. Und so ein schweres Schicksal. Wieso schweres Schicksal? Na ja, der muss ja eine ekelhafte Ziege zur Braut gehabt haben, was er mir alles erzählt hat. Armer Kerl. Das wäre wirklich ein Mann für dich gewesen, gerade jetzt, wo er die andere loswerden will. Du hättest ruhig ein bisschen folteriger zu ihm sein können. Loswerden will? Ja. Was hast du denn, Karin? Ach, nichts. Wer ist denn da? Herr Scherzer! Oh, Mr. Peppercorn und dann noch persönlich. Das ist eine Überraschung, Mr. Peppercorn. Sparen Sie sich die Worte, Herr Scherzer. Was soll das heißen, Mr. Peppercorn? Ich habe Ihnen die Verwaltung meines Schlossesamt vertraut, Herr Scherzer. Jawohl. Leider musste ich feststellen, dass das Schloss nicht verwaltet, sondern ruiniert wird. Oh, eine Meute wild gefordener Höhlenbewohner feiert dort Tanzorgien. Und diese Höhlenbewohner sind Ihre Töchter. Sie sind entlassen, Herr Scherzer, und zwar auf der Stelle. Guten Abend. Let's go. Guten Abend. Und wem habe ich das alles zu verdanken, hm? Meinen kleinen, lieben, ach so sitzsamen Töchtern. Gell? Wisst ihr überhaupt, was los ist? Arbeitslos ist jetzt los. Jetzt dürft ihr mir eine Straßenecke aussuchen, wo ich stehen kann, um Streichel zu verkaufen. Oder zu drohen. Ach, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ach, gar nichts will ich sehen. Und euch schon gar nicht. Mach, dass ihr wegkommt. Ist verdammt wahr. Julienchen, du sollst nicht fluchen. Verdammt nochmal. Guten Morgen, guten Morgen. Stell auf den Tisch, die duftenden Reseden. Und lass uns von der Liebe reden. Sagen Sie, Sie sind wohl verrückt geworden. Ihre lieben Worte von gestern Abend, Herr Scherzer, haben mich über Nacht zur blühenden Frau gemacht. Raus. Himmel, Gesäß und Nägern, raus. Das drehe ich in den Kragen um. Ich verarbeite sie zu Hackfleisch. Hackfleisch? Jawohl, wenn Sie die Augen blicklich mal anders aus meiner Wohnung verschwinden. Der Mann. Ihr alter Schraubendampfer. Der Mann ist tobsüchtig. So, Mathilde, jetzt habe ich es aber satt. Jetzt gehe ich zum Jugendamt. Dann ist Schluss mit diesem Manns tollen Weibern. Bitte, bitte, keine Widerrede. Wenn ich ein Mann bin, bin ich es ganz. Jetzt haben wir es aber, ihr mit eurer albernen Tanzerei. Na, hör mal, du hast gerade nötig. Nun zankt euch nicht, davon wird es auch nicht besser. Ach, Mensch, Kinder, man müsste irgendetwas tun, um diesen Amerikaner rumzukriegen. Ich habe eine tolle Idee. Die Karin müsste sich anziehen wie eine 6x6-Bumme mit so einem Ausschnitt. Ja, und dann geht sie zu diesem Mr. Pepperkorn und ver... Oh ja, du, das ginge, du, die Masche zieht. Wo wohnt denn der Knilch? Ja, im Kronprinz, Mensch, steht drunter Zeitpunkt. Ein Kronprinz? Na, Herrgott, noch mal, sowas muss man mir doch sagen, gell? Jetzt müssten wir nur noch... Moment mal! Wo bist du denn hin? Komm, da steht er! Was ist denn das, Verführen? Das verstehst du noch nicht, Jolchen. Frau Hansen, Frau Hansen! Ja, Ullchen, was ist denn? Sie müssen sofort zu uns kommen. Etwas Schreckliches ist mit Fatih passiert. Wieso, ist er krank? Nein, noch viel schlimmer. Er ist entlassen worden. Mr. Pepperkorn hat ihm gekündigt. Ach, bitte helfen Sie uns doch. Aber, Kind, ruhig dich doch nicht auf. Dein Fatih wird schon wissen, was er tut. Ich kann nicht kommen. Ich bin mitten in Reisevorbereitungen. Aber Sie müssen. Sie können doch sicher einen Mann verführen. Was kann ich? Einen Mann verführen. Und das sollen Sie Karin ganz schnell beibringen. Also, Kinder, ihr seid ja nicht mehr normal. Gut, ich komme mit. Mensch, Karin. Du, das wirft den Kerl glatt, Mama. Aber, Kinder, das ist doch Blödsinn. Glaubt ihr denn im Ernst, dass Mr. Pepperkorn auf solche Mätzchen reinfällt? Damit macht ihr euren Vater doch nur lächerlich. Was sollen wir denn machen? Wir wollen Fatih doch helfen. Also, seid mir nicht böse. Das hättet ihr euch vorher überlegen sollen. Karin. Das ist doch sinnlos, was Sie da vorhaben. Ach. Alles ist sinnlos, alles. Was haben Sie denn? Das ist auch egal. Das geht dir aber sehr nah. Ach, die, die heult schon die ganze Nacht. Wahrscheinlich Liebeskummer. So? Na, da will ich mal nachher sehen. Oh, Juhlchen. Ach, nun kommen Sie doch mal wieder zu sich. Was ist denn so schlimm? War er denn so hässlich? Hässlich ist gar kein Ausdruck. Loswerden will er mich. Weil ich aussehe wie eine alte Spinatwachtel. Nur erzählen Sie mal die Geschichte schön der Reihe nach, ja? Kleine Spinatwachtel. Du, sag mal. Du, sag mal. Na, was wollen wir denn? Ich will zum Onkel Peppercorn. Zum Onkel Peppercorn? Ja, kennst du den Herrn denn? Ja, sehr gut. Na, dann komm mal mit. Komm hin. Mr. Peppercorn, diese junge Dame möchte Sie sprechen. Ja, bitte. Und dann hoch. Was willst denn du hier? Mach's mal auf. Ja, was ist denn das? Aufmachen. Aufmachen? Wie denn? Putt machen. Putt machen? So. Die sind für dich. Ja, was soll ich denn damit? Passe mal auf. Die Talers sind meine Talers. Die kriegste. Aber du musst meinen Papi wieder auf sein Schloss lassen, sonst kriegst du nichts. Aha. Nun sag mal, wie heißt du denn eigentlich? Julchen. Und wie heißt dein Vater? Papi. Ich meine, wie sagen denn die anderen Leute zu deinem Papi? Dickerchen. Aber Kindchen, dein Vater muss doch einen Namen haben. Heißt er vielleicht Scherzer? Ja, Papi heißt wie ich. Ja, und du willst mir dieses Geld, äh, 53 Pfennig schenken, wenn ich deinen Papi wieder auf das Schloss lasse? Dann kriegst du es sonst nicht. Ja, komm doch her, Julchen. Na, komm doch schön zu mir. So, setz dich da, mein Scherzer. Nun sag mal, weiß das denn deine Mutti? Meine Mutti weiß alles. Hat sie dich ins Hotel gebracht? Nein, aber meine Mutti sieht mir immer zu. So? Ja, weißt du, aus dem Himmel. Oh, armes Kindchen. Und du hast gar keine Angst vor dem fremden Onkel? Doch schon. Trotzdem kommst du zu mir. Ist doch für meinen Papi. Ja, das ist eine tolle Sache. Mein Papi kann nämlich gar nichts dafür. Das kommt nur, weil unsere Mutti nicht wieder aus dem Himmel kommt. Ja, na, dann wollen wir mal deinen Vati anrufen und ihm sagen... Ja, was sagen wir ihm denn? No, wir sagen ihm gar nichts. Das machen wir ganz anders. Prost, gell? Ich bin ja schließlich kein kleines Mädchen mehr und durch meinen Beruf komme ich viel herum. Da könnt ihr ruhig meinen Rat von mir annehmen, wenn er mich liebt. Finden Sie nicht? Schließlich sind wir doch moderne Menschen. Hör mal, Karin. Lass mich mal du zu dir sagen, da klingt das ja alles viel besser. Deine moderne Einstellung zur Liebe, die mag ja ganz hübsch sein, aber weißt du, was ich glaube? Die Liebe ist noch immer genau dieselbe wie damals zur Eiszeit. Die fängt mit Herzklopfen an und wird meistens mit Enkelkindern auf. Ja, aber... Und Schulmeister dein Klaus nicht so. Lass ihm doch seinen Willen. Männer mögen das nicht, wenn man sie immer so bevormundet. Meinen Sie? Das meine ich nicht, nur das ist so. Sag mal, wie heißt eigentlich dein Klaus mit Nachnamen? Hellmann. Dr. Hellmann. So, so, die Anzeige stammt also nicht von Frau Hansen. Aber ich sage Ihnen doch, sie stammt von Ihren Nachbarinnen. Meta und Bertha, hm, Sengsthake. Das ist himmlisch. Ich danke Ihnen, also. Da fällt mir so Verschiedenes vom Herzen, Herr Sengsthake. Bitte? Äh, Herr Stölz. Vati! Ulla, holst du mich ab? Der Sekretär von Mr. Pepperkorn hat angerufen. Du sollst sofort zu ihm kommen. Sofort? Das klang ziemlich böse. Na dann, gute Nacht. Karin sitzt zu Hause und weint sich die Augen aus dem Kopf. Und warum? Weil Sie Oberschlaumeier Ihrem Vater erzählen mussten, Sie wollten sie loswerden. Das habe ich ja nicht so gemeint. Ich würde ja auch alles für Karin tun. Ich liebe sie doch. Na ja, das müssen Sie nicht mir sagen. Das müssen Sie der Karin erzählen. So. Und jetzt ziehen Sie Ihr Kittelchen aus und dann kommen Sie mit und unterwegs kaufen Sie für eine Magen 50 Blumen. Aber Sie will mich ja gar nicht. Sie will sie nicht? Ach, das ist doch Blödsinn. Also kommen Sie, ich habe es eilig. Junge, sind die Menschen kompliziert. Das ist Ihr letztes Gehalt, abzüglich der Instandsetzungskosten für das Spinett und den Konzertsaal. Wenn Sie bitte unterschreiben wollen. Die Folterstühle stehen in der Halle. Ja, das habe ich schon festgestellt. So, danke. Das wäre alles. Die Schlüssel übergeben Sie bitte dem Gärtner Altfeld. Ja, ich, äh, nein, danke. Übrigens, eventuell können Sie Ihren Posten auch behalten, Herr Scherzer. Es ist nämlich eine Dame bei mir gewesen und hat eine Kaution für Sie hinterstellt. Nein, nein, Damenkaution nehme ich nicht an. Ich kann mir schon denken, Frau Hansen. Nein, ich trage schon mein Los, auch allein. Ja, ganz wie Sie wünschen. Aber tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie, dass der Dame selbst. Sie ist nämlich hier. Äh, gräge Frau, bitte kommen Sie rein. Schulchen. Papi. Was machst du denn hier? Sie hat mir ihr Gesamtvermögen in Höhe von 53 Pfennig überschrieben, damit ich den Papi wieder einstelle. Das werde ich auch tun. Und zwar mit doppeltem Gehalt. Damit Ihre Gehörn etwas mehr Geld im Spartopf haben. Mir wird ganz wässrig hinter der Brille. Jules, mein liebes Juleschen. Wie habe ich das fein gemacht? Nur aber ganz fein. Lassen Sie mir das Dachsjulchen ein bisschen hier. Wir beide haben noch was zu erledigen. Harry, ich komme gerade aus der Apotheke und habe dir ein Mittel gegen deine Herzbeschwerden mitgebracht. Dankeschön, Frau Hansen. Aber das hilft ja auch nichts. Aber sieh dir das Mittel doch wenigstens einmal an. Vielleicht hilft es doch was. Klaus! Klaus! Na also! Ist Juleschen hier? Nein. Was? Juleschen ist nicht hier? Um Gottes Willen, jetzt ist Juleschen weg. Langweilig wird es bei euch aber auch nie. Vielleicht ist sie im Garten. Vater kommt. Was? Vater kommt. Und Frau Hansen ist auch hier. Wieso? Ist das ein Verbrechen? Nein, aber wir dürfen doch nicht mit Ihnen reden. Was? Weil Sie uns beim Jugendamt angeschmiert haben. Was habe ich? Na also da werde ich aber... Nee, nee, Sie bleiben hier. Und von euch möchte ich gefälligst hören. Guten Tag, lieber Vater. Guten Tag, lieber Vati. Herr Scherzer, es tut mir sehr leid für Sie. Ja, ja, es ist wirklich sehr traurig. Die Kinder haben mir natürlich von ihrem Unglück erzählt. Ja, es ist sehr traurig. Ich verzweifle fast. Ja, und außerdem möchte ich mich beschweren, dass Sie annehmen, ich hätte sie beim Jugendamt angezeigt. Großartig, ja, ja. Bitte, bitte beschweren Sie sich doch. Du, Vati, noch was Schlimmes. Juleschen ist weg. Na, sieh mal einer anders. Juleschen ist weg. Ist ja großartig. Du, Vati ist übergeschnappt. Nur wollen wir es mal einen gemütlichen Abend machen. Komm Kinder, tut das mal weg, nicht? Herr Scherzer, Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Das Kind wird sich bestimmt wieder anfinden, nicht? Sicher, sicher, ja. Und Ihr berufliches Pech wird sich auch wieder einrenken. Natürlich. Aber eine frohe Nachricht haben wir wenigstens für Sie. Ja, Vati, eine schicke. Ja. Karin, wo steckst du denn? Karin hat sich mit diesem jungen Mann hier verlobt. Na du, das ist ja mein junger Freund von der Kirmes. Vati, darf ich dir den Zahnarzt Dr. Klaus Hellmann vorstellen? Zahnarzt? Jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Ja? Was? Und Sie wollen meine Tochter heiraten? Ausgerechnet Sie, Herr Stümper? Äh, Herr Hellmann? Nee, Sie kommen mir nicht ins Haus. Sie nicht. Und so freue ich mich denn, dass du zu uns ins Haus gekommen bist, mein lieber Klaus. Ich freue mich auch. Ach, du freust dich auch? Ah ja, natürlich, ja. Und lieber Klaus, solltest du wieder mal einen Zahn behandeln müssen und ein Lachgas funktioniert nicht, dann bediene dich deiner zukünftigen. Aber Vati. Ja, 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 sie versteht nämlich großartig, anderen Menschen den Nerv zu töten. In diesem Sinne, Prost. Prost, Vati. Prost, Prost, Prost. 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 Hat aber gut geschmeckt, gell? Aber Jules, du entwickelst dich ja zu einer Säuferin. So, Kinder, nachdem die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hat, glaube ich, gehen wir schlafen, nicht? Ach, Vati, nur noch ein kleines bisschen. Nein, nein, es ist schon nachhalb. Also, Karin, du bringst dich ja deinen Klaus noch an die Tür, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja, also, guten Tag, Jules. Guten Tag, Vati. Guten Tag. Guten Nacht, ihr Schöner. Guten Abend. Also, los, marsch ins Bett jetzt. Komm, Juleschen. Vati, wir räumen doch schnell ab, ne? So, nun ist mein Juleschen aber müde, was? Oh, Gott, oh, Gott. Weißt du, Juleschen, du hast eigentlich eine Belohnung verdient. Ja. Ich habe deswegen auch eine Überraschung für dich. Guck mal, ein Sparschweinchen. Das ist für dich, mein kleines Schätzchen. Jetzt schlafen schon die Kätzchen, die Püppchen und die Steinchen. Schlafein, Schlafeinchen. Gute Nacht, Klaus. Gute Nacht, Karin. Tja, Mathilde, jetzt sind es nur noch Viere. Man wird immer alleine. Du, Vati, ich muss mit dir sprechen. Pst, leise, Juleschen schläft. Seid mal, ich werde bald nicht mehr so für euch sorgen können. Du hast ja immer herrlich für uns gesorgt, wenn ich noch an das Brot denke mit dem Entwickler drauf. Du, Vati, ich habe mir was überlegt. Ja? Die Sache mit den Dienstmädchen und Haushälterinnen, das ist doch alles dummes Zeug. Was du brauchst, ist eine Frau. Ja, du hast wohl einen Vogel. Du hast wohl einen Vogel. Nein, nein. Und Mutti würde genau das gleiche sagen. Schon Juleschens wegen. Und Ulla und Marie, die brauchen doch eine Mutter. Weißt du, ich bin direkt sprachlos. Tja, weißt du, Vati, seit sich Frau Hansen um uns kümmert, ist plötzlich hier alles viel netter. Sie lässt dich übrigens grüßen. So, so. Warum war sie nicht zu deiner Verlobungsfeier? Ja, weil sie packen muss. Morgen fährt sie nämlich an die See. Aha. Weißt du was, dir würde Seeluft auch ganz gut tun. Ich brauche keine Seeluft. Vati, morgen fährt sie weg. Ach, vor mir aus soll sie fahren, wohin sie will. Wohin fährt sie denn? Nach Westerland. So. Na ja, viel Vergnügen. Na, dann werde ich mal unseren Spatz ins Bett bringen. Ja. Gute Nacht, Vati. Gute Nacht, Karin. Du, übrigens, der Zug fährt um 9.28 Uhr. 25. Lopi! Papi, ich komm nicht raus. Hä? So, also, auf Wiedersehen, Karin. Auf Wiedersehen und gute Reise. Ja, holt euch gut. Oh, oh, Julchen, guckt verkehrt. Moment, so. Also, macht's gut, ne? Wiedersehen, Karin. Das wär ne neue Mutti, gell? Vorsehen am Zuge. Einzeigen, bitte. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.